Die müssen alle was machen. Kannst du mal ganz kurz drückspulen? Das hat mir leider aufgefallen. Das hier, das ist ein bisschen... Das muss man halt mit erhalten. Die müssen alle jetzt irgendwie nur noch machen oder auch schon machen. Aber das ist komisch, weil unsere Welt hat die Geopferung nach vorne. Das ist besser, glaube ich. Einer steht auf, macht was dynamisch. Zweite, Dritte, so alle gemeinsam so langsam aufstehen. Das zieht, glaube ich, die Dynamik schon wieder. Lass die unten bleiben. Also entweder muss einer direkt losstarten, aber nicht so. Direkt einer hoch und dann der Nächste, 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 Nächste.